Hans-Otto Thomashoff Ich suchte das Glück und fand die Zufriedenheit. Eine spannende Reise in die Welt von Gehirn und Psyche. Gesprochen von Klaus Fester. Eine Produktion der CC Live Hörbuchmanufaktur. Der positive Einfluss, den Bewegung auf unser Wohlbefinden hat, wurde in einem Rattenversuch bewiesen. Ein einfaches Laufrad im Käfig genügte schon und die dadurch zum Laufen animierten Nager schnitten in Gedächtnistests deutlich besser ab als ihre bewegungsarm gehaltenen Verwandten. Der positive Einfluss von Bewegung hebt damit keineswegs nur die Stimmung, sondern die Leistungsfähigkeit des Gehirns insgesamt. Der Grund dafür ist eine Zunahme von Nervenzellwachstumsfaktoren durch regelmäßige Bewegung. Gerade Ausdauersport wirkt damit gut gegen Depressionen, weil er dem fatalen Nervenzellabbau entgegenwirkt. Wissenschaftliche Studien belegen, dass Sport bei leichteren Depressionen genauso effektiv ist wie Antidepressiva. Dass er damit ebenso gegen Alzheimer schützt, liegt auf der Hand. Und natürlich lassen sich durch Bewegung, Aggressionen und Stress abbauen. Folglich sinkt das Cortisolniveau. Einfacher ist Sport oft in Gemeinschaft. Und einfacher wird er durch Gewöhnung, durch Regelmäßigkeit. Kommt zur körperlichen Fitness noch eine gesunde, ausgewogene Ernährung hinzu, ist eine solide Grundlage geschaffen, um sich in einem gut umsorgten Körper der Erfüllung der psychischen Bedürfnisse zu widmen. Aller Anfang mag schwer sein, doch das Aufraffen zum Pflegen des eigenen Körpers lohnt sich. Sein Wohlergehen sollte Ihnen am Herzen liegen. Behandeln Sie Ihren Körper pfleglich. Schließlich existiert keine Psyche ohne Körper. Zumindest noch nicht. Sie hörten eine Hörprobe aus. Ich suchte das Glück und fand die Zufriedenheit. Eine spannende Reise in die Welt von Gehirn und Psyche. Von Hans-Otto Thomashoff. Gesprochen von Klaus Fester. Copyright 2014 Ariston Verlag München. Ein Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH München. Copyright der Audiofassung 2022 CC Live München. Informationen zu diesem und weiteren Hörbüchern finden Sie im Internet auf der Verlagswebsite www.cclive.de